Ich will am liebsten die ganze Welt sehen. Ich will überall hinreisen, wo es nur geht. Und ich glaube, es wird nicht allzu lange dauern, bis mich die Reise in Lust wieder packt und ich die Koffer packe und losfahre. Weil ich einfach beim Reisen meinen Kopf so krass frei kriege und auf neue Gedanken komme. Und ich bin auch ein Mensch, ich reise echt total gerne alleine, damit ich Zeit habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich bin gespannt, was auf der nächsten Reise passieren wird und was wieder für Geschichten in neuen Lea-Songs landen werden.